Weiter geht es mit den Bertinis morgen um 19.30 Uhr. Hier noch ein kurzer Ausblick auf diese vierte Episode. Die ausgebombte Familie Bertini kommt vorerst in Bodendorf runter. Hattenrod, der Untermieter der Großmütter Emma, hatte sich geweigert, die Bertinis aufzunehmen. Hier ist der Londoner Rundfunk. Der Sattlermeister Steffin scheint als erster zu merken, wovon er mit den Bertinis ist. Aber meint er es ehrlich? Seid ihr dran. Haus mit der Wahrheit. Warum seid ihr nicht eingezogen? Immerhin warnt er sie vor dem Gemeindediener Wand. Wands Tochter Charlotte aber wartet heimlich auf Roman. Sie gönnt ihm keine andere. Wenn dein Vater uns zieht, schlägt er uns tot. Als Wand Anzeige erstattet, muss der Ortspolizist eine Untersuchung einleiten. Wand findet genug Gleichgesinnte im Dorf, die den Bertinis das Leben zur Hölle machen. Unter dem Titel unserer Sendereihe Die Bertinis ist die Chronik der Hamburger Familie auch als Taschenbuch überall im Buchhandel erhältlich. Allein socken, wenn der Abibrant den Tag. Die , was in der Tatmant. Ich bin nicht mehr, sondern wir in der Tatmant. Und das war die Gott. Das ist dieiyah-Bümpfe. Das ist die Crystalik.